schönen guten tag meine freunde auf maverick tv und zwar wird es ab sofort jede woche eine bundesliga prognose zu dem jeweiligen bundesliga spieltag von mir von mir geben und dann würde ich mal sagen starten wir da heute freitag ist und die bundesliga losgeht mit dem spiel fc bayern gegen vfl wolfsburg starten wir mit der ausführlichen bundesliga spieltags prognose zu spieltag 1 jetzt mal los dazu nutzen wir natürlich das bundesliga kicker sonderheft schauen wir mal erst mal wer überhaupt gegeneinander spielt also das heutige spiel bayern münchen vfl wolfsburg sieg bayern hoffenheim augsburg sieg hoffenheim hannover schalke unentschieden hertha gegen bremen unentschieden frankfurt gegen freiburg unentschieden köln gegen hamburg gewinnt köln dort und gegen leverkusen eine klare eins für dortmund paderborn gegen mainz sieg mainz münchen gladbach gegen stuttgart sieg münchen gladbach so meine freunde das war die ausführliche bundesliga prognose zu spieltag nummer eins und wir sehen uns dann nächste woche wenn es heißt prognose für den zweiten spieltag haut rein und abonniert maverick tv meine freunde peace 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 Vielen Dank.